hallo zusammen heute zeigen wir euch mal ein kleines kurzes außergewöhnliches video und zwar zum thema modedesign ja aber mode mal ein bisschen anders einfach ein model auf einem sessel auf einer couch von oben aus gesehen skizziert das ganze mit unterschiedlichen mitteln und wir beginnen mit einer groben vorzeichnung das heißt wir uns überlegen wie das ist klar natürlich zeitungs lesend mit übereinander geschlagenen beinen das ganze ganz locker im bleistift vor skizziert die hände erstmal grob angedeutet das ganze erst wirklich ganz ganz vereinfacht und dann arbeiten wir uns dann die einzelnen körperteile sind natürlich die oberarme verlängern das ganze mal ein bisschen ihr seht das ist eben der schöne vorteil wenn man mich mit einem regierung ausgestattet ist weil man dann einfach wirklich schnell verändern können und das ist eigentlich eine schnell skizze das macht es aus wenn man das einfach so rum skizziert so dann sieht man schon mal dass eine bein ganz grob das andere dahinter und klar erkennt man sofort dass das zwei übereinander geschlagenen bein ist und das ganze natürlich irgendwie mit in dem sessel damit es auch lässig und bequem aussieht von der skizze aus so ganz im groben das ganze ausgearbeitet also vielleicht für euch wenn ihr sagt ja das ist eigentlich ziemlich interessant sowas anzugehen gerne könnt ihr so etwas auch bei uns im kurs denn schaut einfach mal vielleicht auf akademiehohe.de oder mappenvorbereitungskurs.de da können wir euch einige sachen mal zeigen wie so fertige skizzen dann aussehen und euch über solche sachen mal informieren welche möglichkeiten ihr hättet an unserem kurs teilzunehmen so dann geht es noch mal hier eine skizze wir nehmen jetzt mal mit dem stift machen so ein bisschen außergewöhnlich das ganze pinsel kalligrafie stift so dass wir so diese tiefe in die striche normal rein bekommen mit kleinen strichen setzen wir noch mal so ein bisschen mit den dickeren strichen die schattierung an bei den armen das ganze noch mal die finger werden jetzt etwas besser ausgearbeitet und man sieht dass man damit ganz schnell eigentlich ziemlich ja eine kleine lockere skizze erarbeiten kann wenn euch so etwas interessiert ist wirklich sehr 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 empfehlenswert erstmal durch die grundlagen zu können aber das versteht sich glaube ich von selbst also hier natürlich jetzt die extreme perspektive also das ist ein dreipunkt sieht man jetzt von der couch also von wessel sehr sehr von oben aus gesehen und wenn man dann jetzt mit dem marker würde das hier machen auch so ein bisschen das lockere drumherum skizziert dann kriegt das eine ja so ein bisschen lockere gewichtung was wir jetzt hier machen normalerweise machen wir es nicht aber jetzt waren wir als hierbei so ein bisschen sehr durcheinander und haben dann die striche jetzt mal gradiert und zum schluss die highlights das kennt ihr ja einfach überall da wo es auch wirklich gut sind macht natürlich zeitung am körper so ein bisschen die glänzenden bereiche natürlich hätte man jetzt noch hier und da ein bisschen mehr noch bei der couch nochmals schriftieren können sessel nochmals und aber es geht eigentlich wirklich um eine schnelle skizze und vor allem mit diesem pinsel stift zu arbeiten weil sieht einfach durch diese unterbrochenen leichten striche hier ein bisschen kräftiger da ein bisschen schwächer kriegt man dann sehr schöne schattierung aber das ganze kann man natürlich auch mit einem marker noch mal angehen um noch so ein bisschen mehr tiefe zu bekommen so das wäre es das ist die fertige skizze wie gesagt schaut euch das auf unserer seite mal an und ansonsten ruft uns an schreibt uns wir freuen uns wenn wir euch helfen können und bis bald euer akademie urteam alles gute bis bald wenn das ist nämlich wir också